Hi Leute! Minimalistisch umziehen! Hi Leute! Ich wollte euch heute mal mit auf meinen Umzug nehmen. Und zwar hat jemand angeregt, wenn du umziehst, mach doch mal ein Video von. Ich hatte schon lange kein Minimalismus-Video mehr gemacht. Eine ganz gute Sache, einfach mehr Klarheit zu schaffen. Mehr Klarheit, Strukturen reinzubringen. Und diese Einfachheit erleichtert einem oft das Leben so unglaublich. Oft kann ich Mönche gut verstehen, wenn die einfach nur eine Kutte haben. Und dann musst du nichts nachdenken. Du gehst einfach in deine Kutte, ziehst die an. Das schafft so viel Klarheit. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, wir sind jetzt nämlich zu zweit umgezogen in eine 60 Quadratmeter Wohnung. Und wir sind jetzt zweimal mit dem Auto gefahren. Und einen kleinen Anhänger hatten wir. Das hier ist jetzt noch die alte Wohnung. Hier war ich jetzt gerade am Packen. Und zwar, einmal steht nämlich auf der Liste, hier dieser Schrank, der jetzt hier schon abgebaut ist. Hier waren einmal die Schubladen drin. Und oben waren noch Klamotten. Genau. Und hier links daneben war noch ein Glasabteil. So ganz schmal. Genau. Das ist so der einzige Schrank mit Klamotten. Der kommt mit. Dann sind es zwei Teppiche. Ein so ein weißer. Drüben liegt ein roter Teppich. Erst ein Umzugsführer. Und das ist nur ein kleiner Hänger. Und zwei Autos, mit denen wir einmal fahren. Und ja, wir haben zwei große Zimmer. Und das Praktische ist nämlich dadurch, dass wir beide auf dem Boden bzw. Carpockmatratze schlafen. Und wir auch eigentlich immer auf dem Boden essen. Fällt der schon mal weg. Dann fällt schon mal eine Couch weg. Bett fällt weg. Dadurch hat man so viel Platz. Und dann kann man wirklich den Platz hier so schön nutzen. Und das hier ist das Wohnzimmer mit Küche drinnen. Und könnt ihr mal schauen. Voll die schöne Küche, voll viel Platz in den Schränken. Noch ein bisschen vollgestellt gerade. Genau. Die Gurken sind auf dem Start. Und hier werde ich eben die meiste Zeit Yoga machen. Hier ist den ganzen Tag Sonne voll schön. Hier geht sie früh auf. Und dann sind hier Fenster. Hier nimmt sie einen Mittagslauf. Und hier geht sie unter die Sonne. Also perfekt. Und ich werde hier die meiste Zeit auch arbeiten. Videos machen. Und ja, früh ist Yoga. Ihr könnt dann gleich mal sagen, was ihr hier schön findet als Video Hintergrund. Gucken wir mal. Kann ich gleich mal testen. Und Hängematte haben wir auch mit da. Und das ist so schön. Ich finde das so genial. Das ist eine Dachgeschosswohnung. Hier schön mit den Holzbalken. Die ist so schön hell. Das Haus ist glaube ich an die 100 Jahre alt. 1912 oder so hat es gebaut. Und die Wohnung wurde aber renoviert vor ein paar Jahren. Und wir haben sogar einen kleinen. Hier, ich gehe jetzt mal in den Gang rein. Hier ist eben in der Mitte der Gang. Das ganze Dachgeschoss. Hier ist die Eingangstür. Hier steht jetzt noch ein bisschen Klamotten rum. Genau. Und hier ist unser Arbeits- und Schlafzimmer. Und zwar angefangen, wo meine Freundin jetzt mit dem Ref eben anfängt. Referendariat. Und da braucht sie einfach die ganzen Ordner. Das ganze Schulzeug für die Vorbereitung, für den Unterricht. Drucker, Schreibtisch. Und ja. Einen Schrank. Einen Klamotten-Schrank haben wir. Für uns beide. Und ein paar Klamotten werden wir noch hier rein tun. Beziehungsweise im Gang in das Bad. Genau. Ja. Und da schlafen wir im Moment drauf. Kapok-Matratze ist voll genial, finde ich. Ich habe Silke. Silke hatte die. Silke Leopold. Kennen bestimmt einige ihren Kanal. Die hatte die. Und ich habe mir den dann auch mal geholt. Und die sind echt voll schön bequem. Weil im Winter ist es oft auch so. Sonst schlafe ich eigentlich direkt auf dem Teppich auch. Auf dem Boden. Aber im Winter ist es oft so kalt. Und dann ist es ganz angenehm, ein bisschen was drunter zu haben. Und die Kapok-Matratzen sind schön fest und hart. Aber trotzdem nicht so total weich, dass man völlig einsinkt und gar keinen Halt mehr hat. Also finde ich echt eine schöne Lösung. Die Kapok-Matratze Link stelle ich mal unten drunter. Auch muss ich jetzt bestimmt erwähnen. Ist Werbung. Ich sage es einfach. Dann ist jedem klar. Ist wahrscheinlich Werbung. Ist ein Affiliate Link halt. Genau. Ja. Aber wenn ihr mich unterstützen mögt und euch die Ehe holen wollt. Ich finde es ja ganz praktisch. Muss man halt einfach wissen. Ob man die sich holt. Genau. Dementsprechend. Man hat halt jetzt diese zwei großen Räume hier in der Wohnung. Hat hier komplett Platz immer. Und hat genug freie Flächen. Das ist halt so angenehm. Und wir haben hier noch so viel Stauraum. Dann können wir halt hier schön Yoga auch machen. Hier werden wir wahrscheinlich am meisten Tag sein im Wohnzimmer wo dann mehr Sonne ist. Und im Gang ist sogar noch kleiner Dachboden. Da können wir nochmal was abstellen. Weil die Wohnung wo wir vorher drin waren war größer. Und hier sind noch Klamotten. Weil im Schrank ist noch gar nichts. Das hier ist nur so ein Mini Zimmer im Gang. Also ihr seht so. Hier links geht es in das Arbeitszimmer da. Arbeits- und Schlafzimmer. Und hier rechts geht es eben ins Wohn-Ess-Lebensbereich-Zimmer. Genau. Und hier ist einfach diese kleine Kammer. Die wollten wir dann als Kleiderschrank nutzen. Und jetzt stehen hier einfach noch die Klamotten die noch nicht im Kleiderschrank drin sind rum. Genau. Eine Pflanze. Da wollten wir hier vielleicht irgendwie ein Regal hinbauen. Mal schauen. Und mein Video-Equipment kann ich reinstellen. Solche Sachen. Stativ. Genau. Und das ist halt voll genial. Wir haben Yoga. Weide direkt. Direkt vorm Haus. Man hat endlich mal Ruhe. Ja. Aber das war es eigentlich so groß und ganz. Und ich kann euch eigentlich nur den Tipp an die Hand geben, wenn ihr umzieht. dass ihr erstmal hier schön kleine Sachen bzw. die Möbel, die ihr wirklich braucht mitnehmt. Und dann vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit natürlich habt, irgendwo zwischenlagert und dann das noch nachholt, was ihr wirklich braucht. Und dann auch den Rest dann lieber an andere Leute weitergibt. Und wirklich das nutzt, was sie braucht. Es vereinfacht so viel. Und man hat einfach viel mehr Platz. Es ist so angenehm. Es ist so genial. Ich finde es so schön, dass man hier einfach... Ihr seht es ja. Es ist... Ja. Man hat so viel Raum. Man kann das so schön nutzen. Man kann hier schön morgens Yoga machen. Und auch wenn Gäste kommen. Es ist nicht alles so zugestellt. Und hier ist es natürlich auch schön. Wir sind hier auf dem Land. Es ist endlich mal ruhiger. Ich war vorher nicht in der Stadt. Aber es war ein Ort direkt an der Stadt. Und dementsprechend Verkehrsaufkommen war da einfach 5-10 mal so hoch wie hier. Und hier ist es einfach ruhig. Hier ist keine Autobahn. Irgendeine größere Straße in der Nähe. Hier fahren mal ein paar Autos, die durchs Dorf fahren. Und das war es. Es ist wirklich wunderschön. Entspannt. Und ich freue mich hier voll auf die Zeit. Ich werde hier vielleicht auch mal einen Potluck in der Nähe organisieren. In Rothenburg. An der Tauber vielleicht. Dachte ich mir. Ist ganz schön. Vielleicht irgendwo da in Ruhr. Oder auf einer Wiese. Und vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen von euch. Dauert. Ansonsten würde ich sagen, was ist so ziemlich... Wenn ihr noch Fragen habt zum Umzug, zum Minimalismus, zum was auch immer. Dann kommentiert einfach direkt unter das Video. Ja. Und ansonsten. Macht's gut Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciaooup. Diego. Hi. Ja...